So, da sind wir auch wieder zurück hier bei Baby in Yellow. Und wir haben jetzt das normale Kapitel alles abgeschlossen und werden jetzt praktisch mal, auch wenn Weihnachten schon einige Tage zurückliegt, trotzdem das Weihnachtskapitel spielen und mal schauen, was da so passiert. Na? So. Es gibt da so lecker Kartoffeln und Möhren. Für unseren kleinen Scheißer, der auch immer, keine Ahnung, wo er ist. Es ist noch zu früh, zu früh. Warum? Alter, hier, komm. Oh. Ähm. Okay. Geht das auch mit einem Ei? Ach ja, stimmt. Das geht nicht. Bitte was? Ui. Okay, das Baby ist... Hä? Baby. Ich bin's wieder. Wo bist du denn, mein kleiner Schnuckelschätzchen? Kommen wir zu dem lieben Onkel. Baby? Baby? Baby. Ach, mein Baby, weißt du. Ach, wo ist denn das Baby? Baby? Ja, gut, okay. Baby? Ach, da bist du ja. Hallo, du kleiner Scheißer. Na? So, die Leute wollen immer mal ein bisschen was sehen. Deswegen... Na? Du harmonisches Etwas. Ja, das macht dir Spaß. War das? Das machen wir gleich nochmal. Na, komm, noch ein drittes Mal. Alle guten Dinge sind drei. Jawoll. So, komm her. Kühl dich mal ein bisschen. Na, 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 na. Es wird nicht rumgemeckert. Ja, okay, komm, lassen wir das. Hm? Das gefällt dir, hä? Hä? Na, komm, dann gehen wir mal und bringen dich mal in den Hochstuhl. So. Den Trutan haben wir. Den Trutan in den Ofen. Zack. Und, alles okay bei dir? Weihnachtsbaum mit Deko schmücken. Guck mal. Wir machen das hier richtig schön weihnachtlich. schon für, für das Jahr hier. Hm, das gefällt dir, hä? Kleiner Mann. So. Wir brauchen noch einen Stern. Hä? Hier. Einen Stern. Okay. Magst du erstmal hier mit diesem Flüschtier spielen? Guck mal, der ist hübsch. Damit kannst du spielen. Wo kriege ich einen Stern her? Da jedenfalls nicht. Stern. Stern. Ach, auch vom Dachboden. Okay. Man sollte vielleicht ab und an mal ein bisschen lesen. So. Gucke, fein. So. Ich will mich raten, jetzt ist irgendwas kaputt. Oh, nee. Ach. Guck mal. Oh. Ähm. Jawohl. Der Trotan ist fertig. Und das Baby ist weg. Baby, hast du Angst? Bitte was? Ja, hattest du Hunger? Ja, du kleiner Scheiße. Hattest du Hunger? So. Weihnachtsoutfit suchen. Oh Gott. Warum, Anne, ich Schlimmes? Weihnachtsoutfit. Was ist das denn für eine komische Plüschpuppe? Geh mir aus dem Weg. Wir sind ganz feines Baby. Übrigens, nur mal so für euch, ne? Wie? Wie doof ist das denn? Ich lass das Baby da alleine. Ne? Und. Ja, musst du aufs Klo? Na, dann geh aufs Klo. Ja. Geh ruhig aufs Klo. Ne? Was ist das Wort A denn los? Oh, man weiß es nicht. So. Ich bringe das schnell weg, ja? So. Haben wir noch einen Truthahn? Ja, na klar haben wir noch einen Truthahn in unserem überdimensionalen... Ach, jetzt geht das schon wieder los. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht stören. So. Gut, dann haben wir. Alter, es wird gleich zurückgeschossen. Jesus. Alter. Oh, Leute. Gibt's doch einen nicht. Falsche Richtung. Hallo, kleiner... Satansbraten. Kurbel für Springteufel oben. Oh, Gott. Ja, Bibi ist auch wieder weg. Wunderbar. Bibi, bist du hier? Bibi ist nicht da. Okay. Kann positiv und negativ sein. Okay, das kennen wir schon. Ich geh mal nach oben. Nee, hier ist nichts. Warum kann ich da nicht einfach runterfallen? Das verstehe ich auch nicht. Ähm... Pass auf, warum sagt mir mein Gefühl, dass da das Baby rausgeschossen kommt? Nein. Nö, 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 na. Na, 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 na. Ah. Hattest du die Feder gerade in deinem Poppes stecken? Tat das weh? Ich hoffe. Und dann ist fertig. Hier, kleiner Mann. Ich weiß, du wirst ihn essen. Zum Abendessen hinsetzen. So. Ach, gott schön. Echt jetzt? Na, wunderbar. Weihnachtsgeschenke öffnen. Ja, ich war ja lieb dieses Jahr. Deswegen darf ich das auch Baby ins Bett bringen. So, mein kleiner, ne? Haben wir Weihnachten zusammen verbracht? Ich hasse Weihnachten, aber das ist okay. So. Ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. So. Schlaf gut. Ich gucke mal, ob das Baby die Tür aufmacht. Ja, ich räume jetzt hier nicht auf. Das können die Eltern machen. Das Kind ist sowieso ein Killerkind. Sag ich ja. Hallöchen, wer bist du denn? Ich frage mich, wo sie hin ist. Ja. Keine Ahnung. Ich mag ja diese Schnurren. Oho. Was ist da denn passiert? Was ist da denn passiert? Geschenke jetzt in allen Kapiteln verfügbar. Klingt ja nicht schlecht, ne? Das war's schon. Finde raus, wo dich die schwarze Gesichter hin. Okay, ab März also, bekommen wir hier neues, neuen Content. Ähm. Es fehlt tatsächlich nur ein. Ein Dings. Okay. Krass. Ja gut, dann würde ich sagen, war's das erst mal. Mit, äh, Baby in Yellow, the Yellow Baby, das Baby in Gelb. Na, steht da da unten. Und, äh, ich würde sagen, dann vielleicht machen wir nochmal eine Sitzung und, äh, gucken wir uns dann im anderen Kapitel dann nochmal die ganzen Geschenke an. Aber ansonsten, ja, ist auf jeden Fall lobenswert, dies zu spielen, ne? Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag. Schönen Tag. Schöne Nacht. Schönen Nachmittag. Schönen Mittag. Je nachdem. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.